Was ist das Problem? Ja, ja, ähm... Nein, komm, machen wir nein. Ich spreche mich gerne dafür aus, dass man ihn auch vereinheitlichen kann. Führt es heute zum Problem? Nein, ich glaube nicht. Was ein Problem gäbte, ist, wenn man den Perimeter nochmals stark verkleinern würde. Dafür hätte ich ein grösseres Problem damit, weil ich glaube, wir haben viele strukturschwache Regionen, auch in der Schweiz, die sich nicht durch extrem hohe Bergluft bekannt machen, sondern auch einfach näher an einer Grenze sind, oder sonst sehr ländlich. Die Perimeter sind Komplexität von NRP, aber ohne Reichtum. Und es ermöglicht eben auch, auf die verschiedenartigen Ausforderungen einzugehen. Und, äh, ja, dass es die Ausforderungen vom Berggebiet, die man jetzt mit dem Pilotprogramm unterstützen konnte, dass die aber nicht nur im Berggebiet, sondern auch in anderen ländlichen Räumen gibt, da stimme ich auch zu. Also eine Ausforderung, aber nicht ein Problem an den Purs. Ja. Ja. Ja.